hallo ihr da alle im werderland hallo werderaner verloren mit 1 zu 2 gegen fc augsburg abgerutscht auf den relegationsplatz 16 mit anderen worten wir stehen voll mit dem rücken zur wand das ist sicherlich eine situation die uns alle in unseren schlimmsten träumen nicht gedacht haben und trotzdem es gibt hoffnung es gibt nämlich den zwölften mann und das sind wir und es gibt jetzt auch eine richtig geile aktion die green white wunderbar und es gibt eine das ist ja kommt ja auf dem englischen das kommt auch von vom klassiker her von oasis wunderbar darin heißt es ja auch maybe you're gonna be the one that says me and after all you're my wonderwall und genau darum geht es nämlich jetzt wir müssen ab sofort wir stehen ab sofort hinter unserer mannschaft wie eine green white wonderwall fangen damit am samstag mit einer richtig geilen aktion gegen den vfl wolfsburg an so und apropos vfl wolfsburg die denken ja schon an real madrid die sagen ja schon alle gegen real madrid das wird das nächste schwere spiel mein lieber herr claus alaufs lieber clausi mausi du hast noch nicht erlebt wenn eine green white wonderwall gegen euch hinter unserer mannschaft steht das hast du noch nicht erlebt aber einmal ist er das er immer das erste mal und das wirst du am samstag garantiert erleben und wir werden euch bezwingen wir werden den klassenherz schaffen davon bin ich vollkommen überzeugt mit diesem rückhalt das wird einfach nur so so geil werden und wir schaffen das am samstag gehen wolfsburg garantiert green white wonderwall und wie an der green white wonderwall hängt auch meine fahne aber ja 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 Vielen Dank.